Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landbach, Herr Prof. Knabe, Herr Dr. Sonnwald, Herr Andreas, Herr Arbatschmann, Herr Wiesinternational, mein Name ist Peter Grünem und wie es Dr. Sonnwald eben schon umgedeutet hat, geht es sich bei mir, bei meinem Lebensstand, über den ich noch besprechen werde, um einen Menschen. Ich möchte Sie daher zunächst bitten, das Blatt in die Hand zu legen, Sie finden die Zettel kostbar auf dem Tisch und einen Blick auf das Gemälde auf der Rückseite, um rechts zu werfen. Ich möchte Sie bitten, dieses Gemälde einen kurzen Augenblick auf Sie hören zu lassen. Ich denke, in diesem Moment werden wir in diesem Raum unzählige Gedanken getreißen. Einjenigen hier werden unzählige Bilder in den Kopf schießen, die er entweder mit seiner eigenen Geschichte in Verbindung bringt, mit der Geschichte unseres Landes, mit Szenen, die sich niemals wiederholen würden, doch niemanden besetzt sind in unseren Köpfen. Das Werk, das Sie sehen, nennt sich der Kameradenprobe. Es wurde geschaffen von dem Wohlshausener Heimatkunst, der Wohlshausen. Wohlshausen war Geländer Steiner, er war ein mutiger Monitorer, ein engagierter Musiker, er war Wehrmann im Bader, er war ein Bürger Wohlshausen, der Spuren hinterlassen hat. Spuren, von denen einige, die wir heute im Heimatmuseum Wohlshausen ausprobieren können, eine Sprache der Ästhetik sprechen, die wir auch heute noch gut und einfach verstehen können. Andere Spuren, die wir auch wie der Kameradenprobe, zudem Sie, einige Gedanken gemacht haben, zeigen uns die Wucht der damaligen Gegenwertigkeit, einer Zeit, in der zwar schon viel zugleich, aber doch noch so vieles anders waren. Interessant an diesem Werk ist insbesondere der Entstehungsleger Grund. Wenn man es zunächst betrachtet, sieht man zwei Soldaten, zwei deutsche Soldaten. Ein jünger Mann trägt seinen gefeiligen Kameraden vom Schlagfeld. Mich hat bei unserem ersten Besuch in Wohlshausen dieses Bild direkt in den Schlag genommen, weil es eigentlich für etwas steht, über das wir heute im Nichts sprechen wollen. Nämlich für die absolute Desinfektion, für eine unmenschliche, brutale Intoleranz, die letztendlich zu einem Unglück, in dem der Geschichte unseres Landes wieder geführt hat, das sich niemals wiederholen konnte. Beim Entstehungsintergrund ist zu beachten, dass das keine Szene war, die der Apostel mit seinen eigenen Augen eingefangen hat, sondern er hat als Vorlage für das Gewerde einen Artikel aus einer französischen Zeitlinie und geteilten Fotografie zeigt französische Soldaten. Gustav musste letztendlich nur ihm die Uniform austauschen. Wenn Sie das Bild jetzt noch einmal betrachten, meine Damen und Herren, denken Sie sich, fahren die Uniform weg, denken Sie sich den zeitlichen Hintergrund weg, in dem das Bild entstanden ist. Ich gehe fast davon aus, dass es eine solche Szene eins zu eins jetzt in diesem Moment irgendwo in der Welt abschränkt wird. Junge Menschen in den Tod gerissen von Verbrechern, die Welt in den Nachmitteln zu weisen. Ich habe mich bei Betrachtung des Werks zunächst gefragt, was steckt dahinter? Und so habe ich einen Einblick in die Geschichte des Werks bekommen, der mich aufhorchen lässt, was ich denke, hat eine Menge Symbolkraft. Doch ich möchte auch nicht verbunden bemerken lassen, dass ich Punkte in der Geschichte des Gustavides sehe, die mich durchaus optimistisch stimmen. Ich möchte dies verhehlen, wie das Bild, was Sie hier sehen hat, auch für das weitere Schicksal des jungen Manns aus Bogelshausen gesprochen, der 1944 auf dem Weg zur Front in Frankreich bei einem tonnenschweren Militärfahrzeug gefahren war. Dies ist das tragische Ende eines Manns, der Spuren hinterlassen hat, aber nicht nur Spuren, die von Desintegration und von Intoleranz zeugen, sondern auch Spuren in seinem Leben, die genau das Gegenteil bereiten. Menschlichkeit, Integration, Toleranz. Und hierzu möchte ich die Liebesgeschichte des Gustavides Landwirte. Mitte der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts lernte der junge Mann seine zukünftige Ehefrau, Nachbarort Hennendorf, das sind so geschätzte drei Kilometer von Bogelshausen, und kein wirkliches Tanz, nicht mal zu der Zeit, aber es gab eine Grenze, eine Grenze, die zwischen Bogelshausen und Hennendorf herrscht, eine Konfessionskonferenz. Denn Gustavs zukünftige Ehefrau entstand einer katholischen Familie, der selbst wurde evangelisch getauft. Und in dieser Zeit war es ein nicht zu unterschätzender Faktor. Wir haben es heute schon gehört, auch wir Deutschen haben uns über Jahrhundert gegenseitig die Köpfe eingeschlagen für einen vermeintlich falschen oder für einen vermeintlich richtigen Darum. Trotz allem, trotz der bestehenden Grenzen, haben die Eltern von Anastasia über den Fakt hinweg gesehen, dass ihr zugutlicher Schwiegersohn einen anderen Glauben genommen habt. Und somit steht die Geschichte auch bei Schwiegmacht für mich, dass es auch in der Geschichte unseres Landes bei weitem keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir heutzutage über solche Grenzen hinweg sind. Meine Freundin selbst, katholisch und sie versteht da auch keinen Spaß, muss man sagen, nach wie vor führt das Thema mit unseres Missionen. Letztlich sind es doch aber alles Punkte, die im Rahmen des menschlichen Anliegen. In anderen Teilen der Welt, meine Damen und Herren, sind Konfessionsgrenzen immer noch etwas, was Tag für Tag für Unleid sorgt, für Mord, für Gewalt, für Totschlag. Ich bin mir jedoch sicher, dass wir heute heutzutage mit der Erfahrungen, die wir haben, mit den Geschichten, die unsere eigene Geschichte geschrieben hat, eine gute Grundlage waren, um hoffentlich noch in 100 Jahren hier wieder an diesem Ort zu stehen und nicht rückdrücken zu müssen, auf Gemälde, die Leid und Tod zeigen, sondern die eine vereinte Welt zeigen, auf die wir alle gemeinsamen Arbeit sorgen. Vielen Dank.